Also die Geschichte handelt von einem kleinen Mädchen. Das in einer unbekannten Krankheit leidet. Und eines Tages, da verschwindet dieses Mädchen. Josy! Spurlos. Josy kommt nicht zurück. Meine Tochter lebt. Ich bin ganz sicher. Was ist bloß los mit dir? Irgendjemand lügt. Sobald die Geheimnisse auf dem Tisch liegen, geht es allen besser. Auf welcher Seite stehst du? Gestern war eine Frau hier, die hat sich nach ihnen erkundigt. Mir geht es nicht gut. Psychisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nichts. Vielen Dank.